Hallo Leute, willkommen zurück bei Boom Beach mit einem Gegner, den ich für uns rausgesucht habe. War das die 34? Nein, der war es nicht. Nee, Hotz oder sowas hieß der. Einen Moment. Hulk, Titi, Hotz. Hier, 35. Erkunden. Das ist ein Gegner, der das gleiche Level hat wie wir, 13. Oh, ah Mist. Ach, hat er seine Base umgebaut. Schade. Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Den knacken wir auch so. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Gerade standen nämlich noch, nur zur Info, vor einer Stunde standen die Gebäude noch alle davor. Und das heißt, wir hätten extra Punkte für unsere Spezialangriffe. Ihr habt einfach mal kostenlos. Aber gut, dann wird es jetzt ein wenig schwieriger. Aber das soll uns auch nicht weiter stören, weil die Base eigentlich relativ schlecht ist. Alles steht beisammen und das wird jetzt natürlich bestraft. Wir kommen, es ist symmetrisch aufgebaut, ist dann eigentlich auch egal. Hinten das Zeug schocken wir und wir arbeiten uns jetzt mal langsam vor. Dann fangen wir mal an zu heilen. Heilen noch mal. Dann schocken wir hier hinten. Hier auch noch mal. Noch mal. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und damit haben wir den Angriff gewonnen. Das ist natürlich eine Base, die so schlecht ist. Ich glaube, es ist am besten, wenn man die Gebäude ein bisschen mischt. Aber so die Verteidigungsgebäude so nah beieinander stehen zu haben, das ist einfach auch eine Einladung. Und dann einfach mal wirklich alles mitzunehmen. Okay. Bei uns wird gerade das Goldlager ausgebaut. Danach können wir mal schauen, ob wir vielleicht was anderes ausbauen. Im Arsenal fehlt uns nur noch der Panzer, den wir eh nicht benutzt haben bis jetzt. Also ich habe den bis jetzt noch nie gebaut, weil ich gemerkt habe, mit den Standardeinheiten kommt man am weitesten. Wieso sich verrenken, wenn es einfach geht? Also ich weiß nicht, hier, wenn jemand weiß, wie man den Krieger benutzt, dann schreibt mir bitte. Also sinnvoll benutzt, den würde ich gerne einsetzen. Aber ich verstehe es nicht so ganz, wie der funktioniert. Vielleicht muss man den heilen und wenn der sich selber heilt, plus Heilung, dass das dann mega abgeht. Keine Ahnung. Wenn jemand eine Idee hat, wie man den sinnvoll einsetzen kann, dann schreibt mir bitte. Okay, Leute, das war ein kleiner Ausflug in die Karibik. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt euch parallel zum Angriff einen Cocktail gegönnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns später. Macht's gut. Ciao.